Der heutige Abend heißt Beten ohne Gott. Beten ohne Gott ist eine Kreation von mir und soll ausdrücken, dass man eine spirituelle Übung täglich so üben kann, wie ein religiöser Mensch vielleicht zu einem Gott beten würde. Beten ohne Gott, also der ganze Deck, den ich beschreibe, hat nichts mehr mit einer Gottheit oder einem Gott zu tun. Da kann man schon alles haben, aber er ist nicht der Gegenstand dieses Weges. Aber Beten, habe ich gefunden, ist ein guter Ausdruck für eine spirituelle Übung. Es ist natürlich sehr besetzt mit dem Gottesbegriff und trotzdem soll es ein Titel sein, der für spirituelle Menschen interessant sein könnte, dass man also eine Übung täglich üben kann, Beten ohne Gott. Weil es ist im Allgemeinen so, dass sehr häufig so, also das grundsätzliche an den spirituellen Weg ist das Problem, es gibt keinen so vorgezeichneten Weg wie im üblichen Leben. Wenn ich Straßenbauingenieur werden möchte, ist ganz klar, ich muss diese Ausbildung machen, was muss ich lernen? Mathematik muss ich lernen, höhere Physik gewettelt auch noch. Deutsch ist gut, aber Musik muss ich nicht lernen. Beim spirituellen Weg ist es anders. Es gibt nicht so einen vorgezeichneten Weg, es gibt schon vorgezeichnete Wege, aber Hunderte, Tausende. Und alle beschreiben andere Ziele und die Begrifflichkeit ist sehr komplex, sagen wir mal so. Und ich beziehe mich auf einen sehr konkreten Weg mit einem sehr konkreten Ziel. Es gibt dann auch viele andere Wege, die haben als verschiedene Erleuchtungsbegriffe bestimmte Bewusstseinszustände und ich beziehe mich auf alte Texte und meine eigene Erfahrung. Und da ist der Erleuchtungsbegriff kein esoterischer, sondern ein sehr konkreter. Also ein erleuchteter Mensch wäre nichts anderes, wäre so etwas, was wir uns vorstellen können, als ein reifer, ein ausgeglichener, ein weiser Mensch. Und ausgeglichen und gleichmütig und liebevoll sind wir zwar immer wieder, oft auch täglich, aber eben nicht immer ununterbrochen. Die große Herausforderung oder das große Ziel dieses Weges wäre, dass ich diesen gleichmütigen oder liebevollen Zustand eben immer erreicht habe, einen leidfreien Zustand. In den alten Texten wird dieser leidfreie Zustand definiert als einer, wo man aus dem Rat der Wiedergeburten, das Rat der Wiedergeburten wird Samsara bezeichnet, also ist kein, nicht zu verwechseln mit dem gleichnamigen Parfum, sondern das Samsara ist unser Leben, wo wir immer wieder die gleichen Probleme, immer die gleichen Muster, die leidhaften Zustände fallen, und im Nirvana, das wäre ein Zustand, der ist nicht irgendwo im Himmel oder irgendwo in dieser Betrachtungsweise konkret, hier auf der Erde, und zwar jetzt. Wenn ich jetzt friedlich und ausgeglichen bin und liebevoll, dann bin ich jetzt in Nirvana, dann ist Nirvana für mich hier. Und diesen Zustand kann ich ausdehnen. Wenn ich wieder zurückfalle in einen Zustand, wo ich maßlos ärgere oder aufrege, ist Nirvana weg, dann ist Samsara wieder da. Und Samsara würde immer wieder auftreten, also immer wieder die gleichen Handlungen. Und Nirvana wäre erreicht, wenn ich aus diesem Rat der Wiedergeburten aussteige und ihn nicht mehr wiedergeboren werde. Und dieses Wiedergeborenwerden und Rat der Wiedergeburten kann man nun esoterisch oder religiös betrachten als von diesem Leben und das Nächste. Das interessiert mich relativ wenig, weil ob ich wiedergeboren wäre oder in den Himmel komme, so das weiß ich nicht. Aber man kann es auch betrachten auf dieses Leben. Und wir hätten so mehrere Leben, also eins, wo ich in die Volksschule gehe, und wo ich verheiratet bin und nicht verheiratet bin, oder zum Beispiel ein Leben, in dem ich mich immer wieder ärgere. Also einmal, Ärger ist schwer aufzuhören, sondern ein Leben, in dem ich eifersüchtig bin und irgendwann hätte ich meine Eifersucht überwunden, dann ist dieses Leben vorbei. Ich bin nicht mehr eifersüchtig. Und wenn quasi dieses Leben mit der Eifersucht, mit dem Zorn, mit dem Ärger, mit dem Streitsucht und so weiter beendet wäre, dann wäre ich in einem immer gleichen, ausgeglichenen, liebevollen Zustand und hätte das Rat der Wiedergeburten beendet. Wäre permanent in Nirvana. Das ist ein hohes Ziel. Ich habe es nicht erreicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass es irgendwann einen Moment gibt, wo man das erreichen kann. Ich finde, es ist schon eine große Erleichterung, wenn ich mich am Tag, nicht sagen wir mal, täglich zwei Stunden herkriege, nur eine. Wenn ich schon mal nervös bin oder Angst habe oder schlecht träume. Also wie schlecht träumen ist ein schlechtes Beispiel, weil das weniger, das kann immer wieder auftreten. Im Prinzip ist es überhaupt so. Das kann man sich am Anfang gar nicht vorstellen. Wenn ich gewisse leidhafte Zustände kenne, zum Beispiel Angst, ist es nicht so, dass ich dann, wenn ich die Angst verwunden habe, nie wieder Angst habe. Natürlich, Angst gehört zum Menschen dazu, aber es würde mich nicht so bedrängen, es würde nicht von der Angst erdrückt werden, sondern ich würde erkennen, dass meine Angst, die hat möglichst einen Sinn, und wie gehe ich jetzt mit dieser Angst um und kann ich hier nachgehen, Angst taucht auf, das mache ich nicht oder sie fallen lassen. Also die Angst wäre nicht mehr etwas Verdrängendes, sondern etwas, mit dem ich umgehen kann. Und so ist das Ziel dieses Weges, dieses Beten ohne Gott, dass ich spirituelle Übungen mache, wo ich zu einem leidfreien oder ein etwas leidfreier Rennen, wenn man nicht gleich vom gesamten Zielzustand kommen kann. Und das Besondere an diesem Weg ist, dass spezielle Methoden beschrieben werden, und zwar sieben Fähigkeiten, die ich in mir entwickeln kann, um zu diesem leidfreien Zustand zu gelangen. Und so etwas beim Lernen muss man über allen Dingen im Leben unterscheiden zwischen Inhalt und Struktur. Das ist oft gar nicht leicht, wenn ich zum Beispiel die Struktur des Menschseins wäre, dass der Mensch grundsätzlich krank werden kann. Und der Inhalt wäre die Struktur von uns allen. Weil wir Menschen sind, werden wir auch immer wieder krank. Und der Inhalt ist, du bekommst Krippe, du bekommst das, du bekommst das, du bekommst das. Und so kann ich bei allen Dingen einen Inhalt, eine Struktur beschreiben. Ich kann zum Beispiel die Struktur des Geldverdienens durchschaut haben. Dann ist es relativ wurscht, ob ich Schuster bin, Schneider oder Generaldirektor, weil die immer die Fähigkeit haben, Geld zu verdienen. Wenn ich diese Struktur nicht erkannt habe, kann ich einmal mit einer Tätigkeit Geld verdienen, das andere Mal nicht. Also wenn man etwas in der Struktur verstanden hat, die Struktur des Friedlichseins, die Struktur des Tanzes, dann ist der Inhalt immer etwas anderes. Aber ich kann nämlich alles immer wiederum, gleich wenn ich ein Rhythmusgefühl habe und mit Musik mich ausgehe, mein Körpergefühl, kann ich alle Tänze relativ rasch lernen. Struktur und Inhalt. Und so meine ich, ist bei diesem Weg, den ich beschreibe, gibt es eine gewisse Struktur und die ist gar nicht so schwer zu erkennen und die Inhalte wären dann die Details, mit denen ich umgehen muss und die ich lernen muss. Ich habe gesagt, dieses Weg, Beten ohne Gott, den ich kreiert habe, ist nicht auf meinem Ministerlein gewachsen, sondern da gibt es sieben sogenannte Erleuchtungsfaktoren oder Erleuchtungsgliedern, die wurden schon von 2500 Jahren vom Buddha Shakyamuni beschrieben und das erste Erleuchtungsglied, die Achtsamkeit. Die Achtsamkeit, von der wir schon gesprochen haben und es ist im Buddhismus so, in dieser Übung so, dass die Dinge immer wieder auf unterschiedlichen Stellen vorkommen. Also die Achtsamkeit ist ein zentrales Element, das kommt vor bei den Erleuchtungsgliedern, das kommt vor in vielen anderen, in dem achtfachen Pfad, in vielen anderen Dingen, immer mit einer anderen Einordnung und die Achtsamkeit ist noch relativ gut umschrieben oder sehr klar definiert. Die Grundlage der Achtsamkeit, ich habe schon darüber gesprochen, ist der Körper und dann gibt es vier weitere geistige Dinge, die ich bei der Achtsamkeit betrachte. Aber andere Pfadglieder sind also weniger deutlich umschrieben, zum Beispiel in der Meditation, das wäre dann das fünfte Pfadglied, ist es so, dass es hunderte Formen von Meditation gibt und man kann mit all diesen arbeiten und vielleicht auch am Weg weiterkommen, ist nicht unbedingt wichtig, eine bestimmte Form zu leben oder zu lernen. Grundsätzlich dann aus dem Ganzen ergibt sich erst die Möglichkeit, zu dem Ziel zu gelangen. Das erste Grundlage, das erste Erleuchtungsglied wäre die Achtsamkeit. Ich führe sie jetzt hier nicht länger aus, weil wir schon letztes Mal darüber gesprochen haben in Extensor, aber sie ist deshalb die Grundlage von allem, weil es die Methode der Achtsamkeit ist, mit der ich ganz genau in mich hineinschauen kann, in alles, was ich denke, beabsichtige, fühle, handle, ohne in mich hineinzuschauen, kann ich mich schlecht ändern, kann ich schlecht mir auf die Schliche kommen. Es ist so, dass es ein Grundübel, ein Grundproblem von uns allen zu sein scheint, dass wir mit den sogenannten dunklen Stellen in uns, den dunklen Flecken, sehr schlecht umgehen können. Diese dunklen Flecken, diese uns unbewussten Stellen im Geist, sind aus einem ganz bestimmten Grund mir unbewusst, weil ich mit diesem Thema ein Problem habe. In irgendeiner Form, wie ich das genau mache, weiß man oder weiß man nicht. Ich verdränge es, ich lasse es nicht an die Oberfläche. Ich lasse gewisse negative Hilfe oder von der Gesellschaft als negativ oder beschriebene Dinge und meistens ist es ja auch negativ, nicht hoch, meinen Ärger, meine Wut, meinen Rassismus. Den verdränge ich. Und solange ich mir das Rassismus in mir nicht bewusst bin, sind nicht alle anderen Rassisten, aber ich nicht. Und so bin ich der einzige Nicht-Rassist verneuert, weil ich habe zwar irgendwo ein Rassismus, weil ich nicht. So geht es ganz vielen, ganz vielen Eigenschaften. Ich habe sie nicht, die anderen haben sie. Die anderen sind abzulehnen, haben wir. Also jeder kann von uns sehr viel Kritisches über die anderen sagen und möglichst unterschiedlich viel Kritisches über sich selbst und je reifer ein Mensch aus meiner Sicht ist, in je weiter er mit sich selbst ins Reine gekommen ist, desto mehr Negatives kann man auch über sich selber sagen und sagen, auch das ist in mir. Neid ist in mir, Großmannssucht ist in mir, Rassismus ist in mir, Herger ist in mir, alles Mögliche ist in mir. Also eine weitere Erkenntnis ist es, wenn man sich dieser Dinge bewusst ist, wird es leichter. Ich brauche nicht mehr so viel Energie und Kraft, um das in mir zu unterdrücken, ich habe sehr viel mehr Energie für mich und mein Sein und mein Leben und ich pausendurch den Deckel auf meine negativen Emotionen halten muss. Ich habe, glaube ich, auch schon letztes Mal irgendwann gesagt, es gibt im Buddhismus den Begriff von heilsam und unheilsam. Und unheilsam ist alles, was mit negativen Dingen verbunden ist, mit Neid, Ärger, Wut, Gier, auch mit den christlichen sieben Todsünden und heilsam ist alles, was mit Freundschaft, Großzügigkeit, Gelassenheit und Liebe verbunden ist. Es gilt also, das Heilsame in sich zu entwickeln und das Unheilsame nicht zu unterdrücken, sondern loszulassen. Der zweite Punkt, das zweite Pfadglied nach der Achtsamkeit ist die Willenskraft, die Anstrengung. Das gibt man schon. Also, ganz leicht ist es möglicherweise nicht. Ich muss für alles im Leben, was ich lerne, muss ich um mich am Anfang bemühen und mich anstrengen. Am Anfang, wenn ich Roller fahren lerne, lerne oder tanzen oder reden oder sauber werden oder was immer ich tue, muss ich mich bemühen. Irgendwann ist es relativ leicht, Rad zu fahren, sauber zu sein, zu tanzen oder irgendetwas. Also, irgendwann wird die richtige Anstrengung zu einer anstrengungslosen Anstrengung. Sie ist ganz leicht. Diese Form der Anstrengung ist zusätzlich eine spezielle Anstrengung anstrengen, um meditieren zu lernen, anstrengen, um achtsam zu sein oder anstrengen, um die Lebenstatsachen, die Lebenszusammenhänge zu lernen, anstrengen, sondern eine ganz bestimmte Form der Anstrengung, dass ich Heilsames, das schon erwähnt, in mir entwickle, unheilsames in mir fallen lasse. Also, ein Ärger, sehr unheilsam, der noch nicht entstanden ist, ihn gar nicht entstehen lasse. Wenn er entstanden ist, lasse ich ihn fallen und das Heilsame, Liebe, Großzügigkeit, Gelassenheit, die noch nicht da ist, versuche ich zu entwickeln und wenn sie da ist, versuche ich zu halten. Das ist eine der großen Übungen, die man, wenn man bett, noch nicht Gott übt, wenn man sich übt, täglich üben kann. Immer wieder kann ich täglich versuchen, mit einem Ärger umzugehen, den Ärger nicht zu unterdrücken, meinen Ärger fallen zu lassen. Meine immer wieder gleichen Handlungen nicht zu unterdrücken, sind sie zu erkennen und mit ihnen eine neue Umgangsform zu finden. Dafür brauche ich Bewusstheit und Achtsamkeit, die Anstrengung und dann gebe es ein drittes Pfadglied oder gibt es ein drittes Pfadglied, das heißt Untersuchung und in der Untersuchung kann ich jetzt in einer bestimmten Form, es gibt verschiedene Formen, mein Leben betrachten und Zusammenhänge zwischen meinen Ärger oder meinen Sein oder meinen Problemen versuchen zu erkennen und dafür gibt es natürlich zahlreiche Methoden mein Leben oder mich zu untersuchen oder anzuschauen. Wir kennen sie aus der Psychoanalyse aber auch aus allem möglichen wir mit dann sprechen untersuchen wir uns erkennen wir uns und die spezielle Form dieser Methode wäre eine wissenschaftliche Form der Untersuchung wo man nicht analysiert oder nicht zugleich zu Schlussfolgen kommt sondern nur betrachtet wenn meine Frau meinen Mann zu mir mich nicht herzlich grüßt dann ärgere ich mich wenn die Kinder nach Hause kommen und nicht lernen bekomme ich eine Wut wenn mein Sohn einen Fünfer bekommt dann bin ich sehr verzeihet und traurig nur diese Dinge erkennen und sehen hier sind Dinge in meinem Leben die mich leiden lassen die mich unangenehm sein lassen ein viertes Pfad gibt und das ist jetzt eine merkwürdige Sache dazu die ersten drei sind auch wenn ich nicht gleich kann irgendwie einsichtig also wenn ich Probleme habe ist es gut in mich hinein zu schauen es ist gut mich zu bemühen in mich hinein zu schauen es ist gut in das Ding den Motor oder mich den zu untersuchen das war ich noch relativ einsichtig und das ganze ist auch mit sehr viel Willenskraft verbunden man kann sich das vorstellen ein kaputtes Ding also mich zu reparieren ist nicht ganz einfach wie es ein kaputtes Glas zu reparieren ein kaputtes Auto muss ich anstrengen und und jetzt kommt ein vierter Punkt man muss dazu sagen diese Erleuchtungsklieder die sind ja etwas sehr bekanntes im Buddhismus und sie werden oft aufgezählt aber niemand macht zu sehr sehr Gedanken wie funktioniert das ganze Ding überhaupt man glaubt oft wenn man zu meditieren beginnt ich setze mich nur hin dann setze ich mich so hin und dann sitze und schon werde ich gesund und heil und gelassen und man wird schon ruhig auch in der Meditation immer phasenweise man kann aber auch sich hinsetzen und phasenweise enorm unruhig werden und dann kann es plötzlich auch ganz unangenehm werden oder plötzlich kommen Panikzustände es macht nicht mehr aus also so einfach ist es nicht nur ruhig zu werden es gibt heute ganz viele Untersuchungen die den Wert der Meditation beschreiben und dass es quasi ist wie ein Antibiotikum für den Geist für gesunder meditierende werden älter gesünder und alles möglich bin gar nicht sicher ob das immer so stimmt aber das kann auch schon sein dass man sich wohler fühlt mit Meditation kurzfristig oder dass man gesünder ist aber das Ziel ist nicht gesünder zu werden das Ziel das eigentliche Ziel muss ich betrachten ist leidfrei zu werden im ersten Schritt dass ich leidfrei werde das ist nur das Ziel nicht das endgültige Ziel wenn ich keine Probleme habe und jetzt alle weiterhin Probleme ist eine egoistische Angelegenheit zu sagen mir geht es jetzt wirklich rundum gut und was mit euch ist ist mir eigentlich völlig wurscht das sagen wir eh immer ganz klar dass es nur mir gut gehen soll an euch nicht deswegen wird auch unterschieden zwischen zwei Formen des Weges das sogenannte Hinayana das auch das kleine Fahrzeug genannt wird und wo man quasi die Erleuchtung oder das Ziel des Heilsziel das ist ja mich ins Reine zu bringen nur auf sich bezieht und ein großes Fahrzeug das Mahayana wo man also nicht nur versucht selbst leidfrei zu werden sondern andere Menschen dabei zu unterstützen und ich habe lange Zeit immer gesagt als ich das Ganze nicht so durchschaut habe naja das ist ja so wenn man wirklich das ist weil das immer in buddhistischen Schulen gibt es auch ganz viele Streit und Durcheinander und mein Weg ist besser und mein Weg ist besser und die Schule ist völlig falsch und unsere ist gut und sagt man nicht nur das kleine das große Fahrzeug das große Fahrzeug ist sehr viel besser weil ich kümmere mich um alle Menschen und die kleinen Fahrzeug sind nur Egoisten die kümmert sich nur um sich und ich dachte lange das ist in sofern falsch wenn ich mein eigenes wenn ich mit mir ins reingekommen bin und nicht mehr egoistisch bin was soll ich dann tun außer mich um die anderen kümmern und ganz so scheint es nicht zu sein ich glaube schon auch dass man sehr mit sich ins Reine kommen kann und die anderen nicht so sehr betrachtet dass es wirklich ein Heilsziel gibt wo ich nur mit mir ins Reine komme es gibt ja manche Menschen oder Heilige die in Höhlen sitzen und da vielleicht mit sich kein Problem haben es gibt eine ganz gute Geschichte von einem amerikanischen Nonnenkloster ein christliches Nonnenkloster die haben dort im Schweigen gelebt und so eine sehr friedvolle und sehr heilige Gesellschaft und das war sehr stimmungsvoll und irgendwann nach 17 Jahren kommt ein Oberer und sagt dass er hebt dann dieses Schweigegehübnis in diesem Nonnenkloster auf und plötzlich fängt es also ein irrisches Durkernand ein Streit an weil es offensichtlich so ist dass sich manche Menschen wenn sich ein sehr extrovertierter Mensch der große Schwierigkeiten hat mit sich zu sein in die Meditation setzt wird er mögliche große Probleme bekommen und kann in der Meditation diese Probleme lösen wenn ich aber große Schwierigkeiten mit meinen Menschen habe und so wie ich nur im Konflikt mit allen anderen lebe kann es sein dass ich in die Meditation hinsehnte schweigen und plötzlich habe ich kein Problem mehr mit diesen Decken muss ich nicht auseinandersetzen also es kann auch alles auf diesem Weg immer wieder eine Flucht sein und so war es ob nicht einzelne dieser Nonnen dass sie auch in die schweigende Ruhe geflohen sind weil sie mit dem eigentlichen Leben nicht auseinandersetzen wollten kann also alles auch wieder zur Falle sein der vierte Punkt den habe ich so lange Zeit gar nicht verstanden der ist nämlich mit dieser Schwernis mit diesem Problem Beladenheit der ersten Dreisend oder Achtsamkeit üben und sich anstrengen und suchen und alles nicht so einfach lange Zeit machen dann gibt es Erfolge dann gibt es wieder keine Erfolge der vierte Punkt heißt Verzückung also wo kommt denn das jetzt plötzlich her Verzückung Freude große Freude und zwar eine Form der Verzückung eine Form der Freude die wir aus dem Leben schon auch kennen aber in dieser Intensität wie die Verzückung gemeint ist eigentlich nicht diese Verzückungszustände die man in der Meditation erleben kann und die es auch geht die können so atemberaubend und so unglaublich sein dass derjenige der sie erlebt danach nicht mehr der gleiche ist wie vorher und in sehr vielen spirituellen Schulen werden auch diese Verzückungszustände als mit der Erleuchtung verwechselt der der das jetzt erlebt der ist erleuchtet das sind schon Erleuchtungsmomente aber sind nicht die Erleuchtung oder quasi ein erleuchtetes Leben mit Erleuchtung ist ja so begriff kann man sich nicht auf dem Kopf bieten oder kein Abzeichen sondern wenn jemand ruht und gelassen und heiter und friedlich ist der ist ja schon ein weiser Mensch man kann es relativ leicht erkennen wenn sie ärgert ist eindeutig nicht weise und es ist so dass momentan im Westen also wird diese Erleuchtung wird also ganz vielen unter Umständen umgehängt fast jeder tibetische Lama ist schon erleuchtet aber hier im Westen kann niemand erleuchtet werden also meistens in den spirituellen Schulen und buddhistischen Gruppen ist eh ganz klar wir werden alle hier nicht erleuchtet der Lama ist sowas erleuchtet ich bin nicht oder eben der Lama erleuchtet ist sondern die Frage ist ja kann ich das Ziel erreichen ich glaube es ist grundsätzlich erreichbar aber es ist auch nicht ganz leicht und es ist auch nicht so wahnsinnig wichtig wenn man dieses endgültige Ziel wirklich erreicht im Leben aber etwas friedlicher etwas liebevoller etwas gelassener etwas weiser zu sein als vorher ist sicherlich ein interessantes Ziel und was ist nun das Außergewöhnliche an dieser Verzückung und außer wenn wir mal bei einer normalen bei der Freude wir kennen alle Freude und warum freuen wir uns warum freuen wir uns wenn etwas Unerwartetes passiert wenn etwas Unerwartetes passiert wenn wir etwas bekommen wenn wir uns verlieben wenn Weihnachten ist wenn die Kinder auf die Welt kommen wenn wir gesund sind also lauter Dinge die sehr schön in unserem Leben sind dann freuen wir uns und diese Freude ist eine sogenannte bedingte Freude sie ist bedingt davon dass etwas Unerwartetes Schönes passiert dass ich mich verliebe dass ich fantastischen Sex hatte dass das Christkind gekommen ist irgendwas ist das ist die Freude und jetzt setze ich mich in die Meditation hin versuche zur Ruhe zu kommen Atem mit dem Atem zu konzentrieren dann kommen die Gedanken zurück zum Atmen in den Gedanken also auf jeden Fall lasst immer mehr weg und wenn es gelingt dass ich eine Zeit lang so alle Gedanken und alles weglasse und es gelingt dass ich mich eine ganz kurze Zeit alles weglasse und mich nur konzentriere nur fünf Minuten auf den Atem dann entsteht in allen Menschen immer das gleiche es entsteht die sogenannte erste meditative Versenkung die heißt Pity oder Interesse Verzückung oder Freude und diese Freude ist keine bedingte sondern unbedingte Freude sie tritt einfach auf weil ich alles weglasse jetzt kann man fragen bitte wieso es ist eigentlich wurscht wieso weil wir Menschen sind weil wir diesen Geist haben haben wir offensichtlich die Fähigkeit wenn wir nicht mehr denken wenn wir nicht mehr denken wieso hast du die grauen Pullover an wieso bist du eine Megarin wieso ist ein Kopftuch auf oder Kinder sind so schlimm wenn wir all das viele weglassen wenn wir uns nur auf eine Sache im Geist konzentrieren dann scheint offensichtlich Freude aufzukommen und das kennt jeder von uns jeder der wirklich in Tune ist der nur kocht sich nur arbeitet begeistert ist also wenn wir eine Tätigkeit voll wenn sie uns ganz voll einnimmt kennen wir alle diese Freude das auf eine Sache konzentriert zu sein und Sportler kennen sie besonders gut denn im Sport ist es auch sehr sehr gut beschrieben es ist nicht nur der Flow ein Sportler der in Flow kommt ein Marathonläufer der im Flow ist plötzlich rennt er er kann Kraft ohne Ende er rennt ununterbrochen er denkt nicht mehr ob er gewinnen wird oder ob es regnet oder es kalt ist er ist im Fluss doch ganz genau untersucht worden diese Flow Phänomene und dann ist zu diesem Sportler Blut abgenommen worden und hier da dieses Blut ist eine andere wie unsere Blut Chemie da sind die sogenannten Glückshormone werden ausgeschüttet super jetzt haben wir es die Ursache der Freude der Ursache des Flows sind die Glückshormone die sind nicht die Ursache die nur die braucht man um diese Freude zu empfinden weil alles was wir geistig erleben hat einen materiellen Hintergrund wir können nicht denken im Geist sondern in jeder Gedanke ist ein materieller Prozess im Kopf der nachgemessen werden kann die Ursache ist dieses in eine Sache hineinkommen in die Konzentration hineinkommen und die Religionen kennen das alle und diese freudvollen Zustände kennen alle weil hineinkommen wollen deswegen machen die Juden Zückungszustände sondern auch Pity Interesse weil dort ganz merkwürdige Phänomene auftreten können plötzlich verliere ich die Grenzen meines Körpers plötzlich sitze ich da und plötzlich sitze ich nicht hier sondern ich sitze oberhalb vor mir oder schwebe im Raum oder irgendwelche ganz merkwürdigen Dinge jetzt tut sich dort also etwas auf was man aus dem mystischen Raum bezeichnen kann also es gibt ja wir haben nicht nur den Intellekt wir haben den Verstand das Herz die Gefühle und diese spirituellen Schulen haben ja eine sehr viel Erfahrung mit dem Körper und dem Geist und tun also den Körper einteilen mit dem grobstofflichen Körper den materiellen Körper und einen fein und unstopflichen Körper das gehört alles auch vor Entsprechungen in unserer modernen Wissenschaft unter dem grobstofflichen Körper ist klar und dann gibt es eben dahinter einen Emotionalkörper oder einen geistigen Körper und dann gibt es etwas Unstopfliches es gibt eben geistige Zustände die im Prinzip mit dem Körper nichts zu tun haben und der mystische Raum wäre einer wo ich den Raum ganz anders wahrnehme wo sich meine Sinnes Wahrnehmungen ändern können die akustischen Wahrnehmungen ändern können und ich werde sehr viel diese Zustände gewissen Bewusstseins Zustände mit Erleuchtung Selbstverwechsel verwechselt warum haben diese Zustände jetzt eine besondere Bedeutung und was helfen sie mir am spirituellen Weg einmal sehr pragmatisch es ist so dass wir immer wiederum große Probleme haben und mit leidvollen Zuständen konfrontiert sind sogar wenn es uns gut geht zack ein Autounfall eine Scheidung einen Verlust also ununterbrochen sind wir auch mit sehr schmerzhaften Zuständen verbunden das kann so sein dass die so groß sind dass man quasi aus dieser Trauer aus dem Schmerz oder Verzweiflung aus der Wut gar nicht herauskommt ist schon eine Hilfe wenn man es gelernt hat einmal kurz zur Ruhe zu kommen und in sich diesen Ruhepunkt herzustellen oder diese Härte Versenkung und einmal kurz wieder zur Ruhe oder zur Freude zu kommen zu einer unbedingten Freude ist schon mal sehr hilfreich aber zusätzlich dürften noch ganz viel andere also Phänomene und sich im Kopf abspielen es ist so dass man wirklich meditierender Sucht hat und die Denkvorgänge und die Denkbahnen so werden andere und der Mensch ist dann es gelingt viel leichter ruhig zu sein achtsam zu sein konzentriert zu sein wie wenn sich das auch materiell verändern würde also die Verzückungszustände sind ein Phänomen und werden in der sogenannten ersten meditiven Senkung erfahren und von dort erster meditative Versenkung sagt schon dürfte andere auch noch geben es wird im allgemeinen in spirituellen Schulen über diese meditativen Versenkungen kaum gesprochen der einzige der sich glaube ich explizit beschrieben hat ist der Buddha Shakyamuni und es gibt immer wieder einzelne Schulen die sich mit diesen Versenkungen in Extendo beschäftigt haben ich hatte die Lehrerin eine deutsche Nonne die Ayakema die verstorben ist die das sehr sehr intensiv gelehrt hat und bei der ich auch gewesen bin und das war eine sehr paradoxe Methode weil ich kann zwar mit Anstrengung kochen lernen oder eine Rechenaufgabe üben aber es ist wahnsinnig schwer bewusst oder mit dem Willen in diese meditative Versenkung einzutreten sie entsteht nämlich erst dann wenn ich aufhöre dort hin zu wollen wenn ich aufhöre mich bemühen zu müssen da hinein zu kommen ihre Anweisung war aber du gehst jetzt dort hinein also eine paradoxe Anweisung in etwas mit Willen dich mit Bemühen hinein zu gehen wo mit Willen und Bemühen gar nicht hineinkommt ich bin dort immer gesessen und ich war ruhiger geworden Freude und dann hat man so alle zwei Tage ein Gespräch mit ihr gehabt zehn Minuten also ich hatte selten die Gabe oder selten Vergnügen bin jeden Tag zehn Minuten zurückgekommen eine halbe Stunde und das hat sie nicht fertig gemacht was immer ich hatte meine Erlebnisse meine Zustände erzählt ich war alles mal voll schauen üben weiter üben weiter immer weiter üben weiter bis immer ruhiger ist ganz ruhiger durchgegangen also weg also und irgendwann ist er doch gelungen und irgendwann haben ihr das beschrieben und dann hat ihr gesagt okay da macht geist geist haben immer wenn man sich konzentriert bei all diesen spirituellen schulen verbeugen mantren sagen und so weiter in die erste meditative versenkung das ist wie ein haus wo man das macht nicht gegen ersten stock betreten kann sondern nur im eingangstor in uns vorzimmer und danach kommt die zweite danach kommt die dritte danach kommt die vierte solange man das übt und man soll sich bemühen den eintritt in die erste sich nachher zu überlegen was ist denn da gewesen wie komme ich wieder dorthin also mit den Schlüssel versuchen dieses Schloss dass man einmal mehr zufällig irgendwann geöffnet hat wieder die gleiche art und weise zu öffnen wo dort kann ich dann gelingen in die zeit die dritte zu kommen das will ich jetzt gar nicht weiter ausführen das ist eine schon weitergehende übung die vierte ist ein völlig gedanken freier zustand aber es gelingt das immer wieder in die gleiche art und weise hinein zu kommen und wenn das nicht es kann auch sein dass man versehentlich quasi nicht in die erste versenkung katapultiert wird sondern plötzlich die dritte oder die fünfte irgendwas das kann auch bei drogen passieren drogen haben oft manche drogen also auch die fähigkeiten solche zustände das ist alles kind im kopf alles dinge zu denen jeder geist fähig ist und hat nichts anderes als das Hirn ist wie ein Computer und wenn er anders gefüttert wird dann fühlt er sich wohl wenn Glückshormone ausgeschüttet werden dann hat er Glück und wenn ein Stresshormon ausgeschüttet wird dann hat er Stress aber die Ursache ist nicht der Stresshormon das wird ja ausgeschüttet durch ein Männchen meinen Kopf das auf den Stressknopf drückt und das Glückshormon Knopf drückt und werden diese Dinge in mir ausgeschüttet aber wie mache ich denn das wenn ich versehentlich durch die Meditation in eine andere Stufe hineinkomme kann das auch sehr unangenehm sein also es ist quasi wie ein falscher Weg deswegen ist es gut so da langsam durch zu gehen die ersten vier Meditation Senkungen wurden als heilsam oder als wichtig für diesen Weg beschrieben die anderen werden dann als yogische Zustände bezeichnet sehr bizarre Zustände bei den ersten vier gibt es noch den Beobachter in mir den vielleicht alle kennt wenn ihr euch hinsetzt und die Augen schließt merkt da gibt es einen Beobachter der mich beobachtet also mein Geist beobachtet meinen Geist und irgendwann kommt man als Beobachter dann auch abhanden und dann kommt auch das Beobachtete abhanden obwohl es keine Beobachter gibt nichts Beobachtetes gibt es doch nicht nichts also alles sehr fast unbeschreibbar aber diese erste Meditative Versenkung die Verzückung ist offensichtlich wichtig dass es ein Teil der Meditation ist und dort geht es weiter in die Tiefe die fünfte die fünfte erläutern es geht ist dann die Meditation da gibt es habe ich gesagt ganz viele verschiedene Formen der Meditation Ruhe Meditation Einsatz Einsichtsmeditation ist wiederum Inhalt und Struktur kann mit ganz verschiedenen Mediationsformen kann man hier üben und wenn man jetzt diese ersten fünf übt dann wird es irgendwann ruhiger und man merkt schon es wird hier nicht ruhiger so wie es auch nicht so ist dass man wie ein wenn ich nach St. Pölten komme und nach Linz dann komme ich automatisch irgendwann nach Innsbruck so ist es nicht auch nicht wenn ich die erste Schulklasse mache die zweite und dritte und die oft dann habe ich irgendwann Matura sondern man braucht da vorne meditieren ob das alles gar nicht machen ein ruhiger ausgeglichener Mensch kann man immer werden es ist nicht so dass die nächste Stufe dann die Erleuchtung wäre und es ist nicht ein automatisches irgendwo hinbekommen aber es ist schon so wenn ich immer wieder übe die Untersuchung mit Anstrengung und Willenskraft mich übe werde ich dass durch diese Anstrengung und das Hinschauen auf gewisse Lebensprobleme zum Beispiel meine Eifersucht wenn ich richtig hinschaue und drauf komme die Eifersucht die hat ja gar nichts mit meinem Frau Freund irgendwas zu tun die kommt ja aus mir und die kommt aus mir weil plötzlich kann ich Zusammenhängen und plötzlich kann ich diese Eifersucht völlig simpel fallen lassen aber sie bringt mir gar nichts sie macht auch nichts besser und das wird mehr Trau oder Untra und gehen und machen nur um den ganzen Ding irgendwann ist es ganz leicht diese Dinge weg zu lassen und sobald ich irgendeinen Punkt in meinem Leben weglasse entsteht mehr Energie und und die Anstrengung lässt Energie entstehen mit der Energie kann ich besser anstrengen mit der besseren anstrengen kann ich besser untersuchen durch die Untersuchung kann ich besser erkennen oder besser erkennen kann ich besser loslassen durch besser loslassen kann ich mehr Energie haben wenn es nur so einfach wäre es ist nicht so einfach dann irgendwann alles erleicht ist immer wieder kann man dazwischen auch abstürzen alte Fehler wiederholen in ganz schrecklich dunkle Löcher hineinfallen das sage ich nicht um euch davon abzuschrecken sondern weil das Leben immer so ist und es gibt es sehr schwer ich übe mich schon seit 30 Jahren und so der ewig heitere ausgeglichene brustige Check bin ja nicht immer wieder kommen neue Dinge mit denen man nicht gerechnet hat Krankheiten schwierige Lebenssituationen Verluste immer wieder neu schwer zu betrachten sind und wenn man dann alles gelöst hat und wenn sich kommt die Diagnose Krebs ist auch das wieder schwierig also ganz einfach ist es nicht aber trotz allem kommt dann noch nach diesem Prozess den man also lange sich übt und so käme dann das sechste Erleuchtungsglied und das ist die Gelassenheit und jetzt kommt sage ich gleich das siebte dazu das ist der Gleichmut ich habe lange Zeit gedacht dass also fünf sehr wichtige und sehr unterschiedliche die Anstrengung hat mit der Verzückung nichts zu tun und obwohl durch die Anstrengung entsteht die Verzückung und so weiter wieso tue ich das quasi zwar Erleuchtung die quasi vergeuden das das gleiche ist also ich habe zwischen Gelassenheit und Gleichmut überhaupt nicht unterscheiden können und wenn man dann doch diesem Ziel ein bisschen näher kommt kann man schon erkennen um die Gelassenheit kann und muss ich mich immer auch noch bemühen und irgendwann gibt es dann ich kann mir das schon ein bisschen vorstellen vielleicht einen so immer ausgeglichenen Zustand und dem muss man sich gar nicht mehr bemühen das wäre dann der Gleichmut also wirklich der klare ruhige See wo man also wo passieren kann quasi wo es immer sich vorstellen kann Dinge passieren Katastrophen passieren ich bin immer gleichmütig ein sehr dauerhaft sehr schwer vorstellbarer Zustand aber das wäre also ungefähr die Beschreibung von diesem Weg und diese Übungen die man da üben kann die Meditation die Achtsamkeit die Anstrengung die Untersuchung kann ich täglich üben nicht immer täglich oder immer gleichzeitig so nebeneinander die Verzückung ist dann schon ein Ergebnis der Übung die kann ich nicht mehr so einfach willentlich hervorrufen wenn man es kann kann man es wie es dann so auch ist dass man diese meditativen Versenkungen wenn man sie mal kann braucht man nicht mal von der ersten zweiten dritte gehen sondern kann man sich quasi so aufmachen die Tür wie ein Adventkalender und irgendwann wird diese Ziele diese angestrebten Ziele entstehen und das ist jetzt nur eine mögliche Form der Beschreibung eines spirituellen Weges es gibt ganz ganz viele andere die andere Ziele haben die gar nicht dieses Ziel haben ich habe dieses Ziel deswegen genommen weil ich es gelesen habe bei diesem Buddha Shakyamuni der nicht nur ein mystischer und ein leiser Mensch gewesen sein dürfte sondern auch ein brennter ein sehr intellektuell scharfdenkender es gibt also wenig spirituelle Schriften die so klare Anweisungen gegeben haben aber wo auch schon ganz klar psychologische Dinge und Einteilungen und Bewusstsein von mir alles beschrieben ist in allen anderen esoterischen Schulen ist das viel geheimnisvoller da hat mich einmal dran fasziniert weil es ein schriebeles Ziel ist und in manchen Schulen werden diese Bewusstseins Zustände als angestrebtes Ziel genommen ich glaube das ist ein Irrtum ich weiß es aber nicht oder Ziele jenseits oder im nächsten Leben weiß ich auch alles nicht es gibt also ganz ganz viele spirituelle Schulen und ganz ganz viele unterschiedliche Wege und Sichtweisen da gibt es auch einen Suchenden und der ist ein Leben lang mit all diesen Themen beschäftigt und der meditiert und macht alles und fragt sich dann immer wieder rum also was ist denn der Sinn des Lebens und dann geht er von einem Lehrer zum anderen und jeder sagt was anderes und niemand kann es ihm wirklich beschreiben und dann ist er ein bisschen verzweifelt und dann sagt einer da gibt es einen Weisen in den Bergen die Geschichte ist immer alles in den Bergen und irgendwo sehr geheimnisvoll irgendwo also in den Bergen gibt es also einen Weisen der kann dir sagen was der Sinn des Lebens ist und dann sucht er denen Geschichten er findet ihn nicht und dann schneit er dann kommt er nicht hin also irgendwann kommt er schon wirklich hin und der macht ihn auf und der rettet ihn und eine Woche warten und dann muss er hinten anstellen also endlich kommt er diesem wirklich weisen Menschen dem kommt er hin fragt ihn Meister du kannst mir sicherlich sagen was ist der Sinn des Lebens ja der Sinn des Lebens ist so wenn du zum Beispiel die Zwiebel nimmst und du schiebst die Schale ab und die nächste Schale und die nächste und die nächste du verstehst was bin ich wo dagegen gerend die Zwiebel wie die Zwiebel weg das soll der Sinn des Lebens sein wo bin ich denn hier das kann der Sinn des Lebens sein sagt der Meister na gut das soll ich der Sinn des Lebens also es gibt verschiedene Ziele und Wege und Methoden und Sinne des Lebens und diesen Weg den ich so der Struktur nach beschrieben habe die Inhalte wären jetzt der Form der Untersuchung was kommt bei mir heraus wenn ich nicht untersuche wenn ich nicht nur meine persönlichen Probleme und meine psychologischen Zustände untersuche sondern auch überpersönliche die Leidhaftigkeit die Vergänglichkeit was kommt bei mir heraus wenn ich meditiere das wären die Inhalte und der Struktur nach ist das eine Beschreibung eines spirituellen Weges die könnte jetzt jeder der sich dafür interessiert mit anderen Inhalten füllen bei jedem anderen würde auch etwas anders funktionieren aber es sollte eigentlich bei dieser Form irgendwann das gleiche herauskommen nämlich ein weiser friedlicher Mensch das ist quasi ein Angebot und das hat mich auch beim Buddhismus oder bei dieser Form des Buddhismus der nicht religiöser nicht esoterisch ist so fasziniert dass dieser Mann der Buddha Sakramoni auch nicht gesagt hat folge mir oder tu dies oder du musst dies tun sondern ich habe für mich einen Weg gefunden ich war ein sehr unruhiger unglücklicher stretsamer junger Mann und habe einen Weg gefunden wie ich ein weiser friedlicher Mann ein Buddha geworden bin und ich habe diese und diese Erfahrung gemacht ich habe es so und so aufgeschrieben und wer möchte kann diesen Weg diese das war damals am Anfang die Wissenschaft des Buddhismus dieses spirituelle Experiment in sich und mit sich wiederholen und schauen kommt das gleiche raus kommt ein friedvoller liebevoller gelassener Mensch heraus oder bin am Ende genauso ärgerlich oder machtstrebend oder was immer es gibt an diesem Weg und dieser Beschreibung ganz ganz viele Texte und sehr viel wird erklärt und auch zum Beispiel damit höre ich jetzt damit auch schon auf gibt es die Belehrung vom Pfad und vom Nichtpfad man kann also diesen Weg gehen man kann meditieren und achtsam sein und ein friedlicher Mensch ein gelöster Mensch werden seine Probleme lösen man kann all diese Methoden auch genauso verwenden das wäre dann die Belehrung vom Nichtpfad um dieses Ziel nicht zu erreichen wenn ich also sehr gezielt sehr geschult bin sehr konzentriert durch Meditation konzentriert sehr gut in mich zu schauen achtsam zu sein und plötzlich merke ich immer in mir kommt was Negatives auch mein Rassismus mein Neid meine Wut ich bin so geschult dass ich mich genau damit nicht auseinandersetze und gelernt habe mein Bewusstsein zu zu steuern dann schaue ich ganz bewusst nicht dort hin sondern dort hin wo ich hinschauen möchte ich bin ein wunderbarer liebevoller ganz netter Mensch und schaue meine dunklen Zeiten nicht man kann also die Wege auch dazu benutzen um nicht eilig zu werden ja man kann also alles mögliche damit tun es ist vom Buddha Shakyamuni schon ein Angebot gewesen und auch wieder ein Angebot das ein bisschen zum eigenen im eigenen Leben hinein zu bringen man kann das kürzer frisch machen acht wochen man kann sein jahr laden ein jahr lang machen drei jahre lang ein leben lang versuche das ein leben lang zu machen gibt es dazu fragen war das verständlich bitte ich bin eine recht banane frage und zwar denke ich mir wenn man auf diese Erkenntnis kommt dieses ganze Erdo und die ganze Einversucht bringt ja doch nichts und wird das glücklicher und so wie kann ich denn auf so eine Erkenntnis der Meditierung kommen wenn es beim Meditieren darauf ankommt dass ich gerade nichts denke oder ich versuche ja gerade da nicht darüber nachzudenken na versuche mal drüber nicht nachzudenken wenn das gelingt dann ist das Problem natürlich erstmal gibt es ganz ganz viele Methoden die eine Methode ist nur wie ich hier gesagt man versucht nicht zu denken versuche zu erkennen dass ich denke und konzentriere mich auf den Atem dann gibt es andere Anweisungen die sagen das gar denkst dann die Gedanken nach oder Sprichworte oder so etwas wenn man meditiert wird man darauf kommen also in einen gedankenfreien Zustand zu kommen oder bewusst in einen gedankenfreien Zustand zu kommen vierte Versenkung ist gar nicht so einfach und auf dem Weg durch hin von dem vielen diesem Wahnsinn der sich da oben abspielt zu diesem Weg vierte Versenkung Stille im Geist auf dem Weg entsteht das alles diese Heilungen diese Erkenntnisse diese Verirrungen diese was alles das ist ein langer Weg und deswegen kann man auch sagen der Weg ist das Ziel weil auf diesem Weg dann und man kann sagen das Ziel ist das Ziel von erster Stunde gesagt von A nach A oder von A nach B und deswegen es geht nicht darum nicht zu denken das ist nicht das Ziel das kann das Ziel sein wenn das eigene Denken um vier in der Früh so belastet dass ich denke ich muss morgen was arbeiten jetzt für diese Sorgen nachzudenken und ich die Möglichkeit gefunden habe mir den Denkknopf umzulegen ist das was sehr angenehm ist aber wir lernen vom Nicht-Pfad mit dem immer umlege um mich mit einem Problem nicht auseinander zu setzen dann bin ich Holzweg es geht es ist paradoxisch wie das Kameltuch das Adnadelöer das berühmte es ist ein paradoxer Weg der hat nicht das Ziel zu denken nicht zu denken heil zu sein oder ding zu sein dieser Weg hat das Ziel leidfrei zu werden und das kann ich das ist eine lange Geschichte im Prinzip mal das bleiben wir mal zu noch Fragen ja wir haben einmal gesagt beim Damen Namen dass wir wenn wir den Ärger erkennen und uns nicht hineinziehen lassen und immer mehr darüber nachdenken und es wachsen lassen sondern praktisch auf ein positives Ereignis konzentrieren und dem Raum gehen ist das jetzt ein Verdrängen oder ist es einfach ein Erkennen des Ärgers und mich konzentrieren auf die positive Seite das ist das Problem bei dem Ganzen wir können jetzt stundenlang tagelang darüber reden wie man im Tiefsteh wedelt und das hat mit dem Wedeln gar nichts zu tun es ist gut zu lernen Talski belasten und dies zu mocken und bei dem Wetter geht man nicht die Theorie zu lernen ohne Praxis ist gar nichts und es wird nicht beschrieben wie man den Ärger fallen lässt weil jede Beschreibung ist falsch weil du deinen Ärger fallen lassen kannst und ich meinen Ärger fallen lassen kannst du bist anders ich bin anders du ärgerst dich anders Mechanismen sind anders du lässt es anders fallen so geht es nicht es ist dies ein Weg zur Selbsterkenntnis wie kannst du herausfinden was du wirklich willst wo du wirklich ihn willst willst du den Ärger fallen lassen also der Lama ärgert sich ununterbrochen weil man diskutiert oder mit Fragen gestellt ist sowas für mich geärgert beim Bauten die falschen Fragen gestellt habe also und ich glaube er ist ein sehr weiser Mann ich glaube auch nicht dass er ihm ärger zeigt auch anderen das passt jetzt nicht der Mensch der sich nicht mehr ärgern muss der sich nicht mehr automatisch ärgert kann sich ruhig ärgern warum soll ich den meinen Kindern auch wenn ich so weit wäre dass mich der Ärger automatisch entsteht dann soll den Kindern also lasst das jetzt endlich weil sonst hören wir nicht so also man kann auch sich ärgern unter Umständen ohne sich mit diesem Ärger zu identifizieren darauf kommt es mich an und die Wahlfreiheit haben soll ich den lasst das jetzt endlich oder ich sage das nicht das bringt eh nichts also eine Gratwanderung noch Fragen welche Bedeutung hat das wird irgendeine Bedeutung dem Sterben gegeben weil das wiederum wie 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 betrachte ich den Buddhismus wenn wir vom Buddhismus weg also in der klassischen Betrachtungsweise ist das Sterben nur die nächste Wandlung so wie in unserem Leben und nichts geht verloren wandle ich mit noch einmal und dann lässt sich darüber diskutieren also der Körper zerfällt mit hundertprozentig aber alle Teile des Körper sind nachher noch da nur in einer anderen Form und wie ist mit anderen Dingen also mein Ärger bleibt ja irgendwo das weiß ich eigentlich nicht aber geht das Bewusstsein weiter gibt da sehr viele Diskussionen was danach ist können wir uns lange auch darüber unterhalten eigentlich finde ich keine Bedeutung und Buddha selbst hat auch gesagt das verwirrt sich mit den Themen zu beschäftigen was ich herausfinden kann ob sie stimmen oder nicht stimmen hat es keinen Sinn sich zu beschäftigen wenn man sehr lang meditiert und sehr in Tiefe geht ergeben sich diese Dinge ziemlich von alleine noch eine Frage alle sind erleuchtet wer strebt von euch Erleuchtung an 1 3 das ist ja nicht viel also wer es nicht anstrebt wer es nicht erreichen wer es wer es anstrebt vielleicht auch nicht wer nicht sucht findet nichts wer sucht findet auch nichts aber ich glaube es ist ganz gut zumindest als wer will nicht dass einem selbst besser geht wer möchte dass einem besser geht das wollen alle also bitte dann auf ins Nirvana dann muss man Erleuchtung man muss das Ziel erreichen aber auf dem Weg dorthin da leide ich Samsara da ist Nirvana wenn man da ein bisschen besser kämpf schon gut man hat da rüber ankommen Bis zum nächsten Mal.